die schon wieder nehmen wollen die nicht mckinley schon wieder gut dass wir die selbe zeit dass wir die selben nachrichten was hier eine anschlussprämie 100.000 das kann man mal machen das ist eine stadt das ist eine stadt wo schließen wir die an hinten mit ran nein dürfen nicht bis wann ist es gültig ist märz das heißt bis dahin müssen wir die strecke hier gebaut haben unser kaffeelager ist nicht gefüllt so ich sehe jetzt auch nicht dass wir das hier irgendwie billiger hinkriegen da muss man halt warten aber 24 mal kaffee natürlich sobald ich das gebaut habe hier noch und dann drei züge los schicken von hier also es ist super knapp noch eine anschlussprämie oder war es die gleiche noch eine rio auch 100.000 mal sehen ich brauche bestimmt 50 oder 60.000 und kriegt dann 40 geschenken sozusagen also ja das sollte ich machen das sind die 40 die wir brauchen um auch von hier kaffee zu holen wie sieht es denn hier aus mit kaffee? die alten kaffeesäufer also keine gute idee dafür wechsel ich statt na das ist schon riesig ja aber wir brauchen nicht Geld 60.000 könnte ja das reichen ist gerade so 88.000 sold kosten wieso sind denn hier die baukosten mit teuer 40.000 so ein kurzes stück was ist denn hier los? da gebe ich ja 80.000 aus es sind nur 35 gewonnen 25 meine ich das war ein Mist 20.000 gewonnen ach verdammt ich dachte das Steckgeld kostet vielleicht 20.000 oder so ich mache das ein bisschen kürzer geht nicht kürzer geht nicht kürzer bleibt dabei 40.000 ich habe noch eine andere idee letzte mal nicht dran gedacht die aufgabe ist ja erfüllt können wir den ganzen quatsch den wir nicht brauchen den machen wir einfach weg das hätte ich viel früher machen sollen zwei Mist 200.000 wir müssen mal gucken was zahlt Rio zahlt 107 jetzt gucke ich mal erst was es kostet so bis hier sind halt auch 89 machen wir nicht so das hier machen wir das preisliche in Ordnung und dann fahren wir den Kaffee da runter so und sobald hier wieder genug Kaffee da ist also 0,8 pro Woche das heißt also 8 Waggons wollen wir haben wenn ich das jetzt durch 0,8 rechnen könnte dauert auf jeden Fall länger als 8 Wochen was gibt es eigentlich dafür Forschungsgebäude steht nicht da ne ja das ist doch hier drei machen drei drei für uns punkte dann wir haben ja für uns wir sieht es also wir haben schon welche ich mich mit welche ausgeben wir müssen export ja gut kommt braucht man sowieso Banus-Restaurant brauchen wir auch, ne? Ach, verdammt. Ihr wählt es schon. Wir wollen Geld für Frachtwagons. Passagiere nicht so sehr. Erstmal nicht. Später schon. So, haben wir schon wieder ein neuer... Genau. Okay, das heißt Zug-Klon. Wäre der hier. Und... Ausweich. So. Dann nehme ich schon mal losfahren. Ach, Quatsch. Hier ist der schon wieder auf dem Rückweg? Mit dem Kaffee? Und jetzt hat er jene Panne. Gibt es ja wohl nicht. Brauchen wir das? Mist. Ja, brauchen wir... Ich kann ihn auch nicht umdrehen, logischerweise. Hm. Wir können das aber so machen. Und jetzt steht der daneben. Wo der hingeschoben wird. Heißt es, dass er losfahren kann? Ich hoffe es zumindest. Jetzt wüsste, wo der Versorgungsturm ganz gut wäre. Hier hinten bestimmt. Aber auch dann hier so. Hm. Könnte reichen. Wenn der jetzt hier ein bisschen hinne macht. Aber er muss nicht hinne machen. Holz, ne, brauchen wir nicht. Aber so ist schon sehr langsam. Wir hätten den Versorgungsturm hier hinbauen sollen. Spion. Na ja, für sowas habe ich jetzt kein Geld. So, der ist fast da. Wir machen... Wir ändern das hier mal. Dass er an der Farm mit höchstens, immer Minimum, auch acht Waggons losfährt. Es war zu spät, ne? Er war schon angekommen und ist beladen worden. Mist, hätte ich mal das pausiert. Jetzt fährt er mit vier Waggons los. Aber ich glaube, der andere ist wieder zurück. Und wenn nicht, dann schicken wir neun los. Wir müssen nochmal gucken, wie lange die Tour ist. Gehen wir gucken. 111 Tage. Das heißt, die 11.50 bis hin... 7 Wochen... 7 Wochen... 2 Monate. Wir müssen den so, sagen wir mal, im Oktober oder so losschicken. Da ist noch ein bisschen Wartezeit mit dabei. Er wartet jetzt auf den, oder? Ja, da wartet. Das heißt, wir müssen... ...gleich hier. Und die gleiche nochmal kurz vor der Stadt. Das ist zu billig. So, woanders... So, ist okay. So, jetzt müsst ihr sehr weit erfahren. Nee, brauchen wir nicht. Zwei Kaffee liegen hier nur rum. Die können dann mal wieder beschleunigen. Gucken, wie schnell wächst. Das Lager, meine ich. Die Menge. Es ist nicht so, dass der Kaffee wächst. Die arbeiten echt langsam. Am Stein ist jetzt auch wahrscheinlich zurück. Ich wüsste, wo der überhaupt gerade ist. Ja, wir sind gerade einander vorbei. Fünf. Klonen macht keinen Sinn. Also, die produzieren nicht schneller, als dass wir zwei Züge fahren. Und wir haben es Juni. Wird im Juli losfahren. Alles klar. Gut. Schaffen wir. So, hier ist eine Anschlussprämie. Ha, witzig, ne? Den hatten wir da schon angeschlossen. Zuck. Ja, wir sind Geld nebenbei verdient. Ja, Rio haben wir verstreichen lassen. Ja, da war jetzt. Also, war ja auch nicht rentabel. Den Anschluss. So. Okay. Wir müssen hier ein Wartungshäuschen bauen. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz gucken, wie das... Ach, wollte ich gar nicht. Moment, ich wollte woanders gucken. Wie es mit dem Fisch hier ist. Nehme mich schlecht. Und ich denke aber, das Geld müsste jetzt reichen, um das hier auszubauen. Können wir den Teil hier wegmachen. Den Teil auch, das ist in Benutzung. Das geht gerade nicht. Verdammt. Bei der... Okay, das ist ein wenig kurz vorbei. Ah, geht trotzdem nicht. Verdammt. Aber jetzt. Jetzt muss es gehen. Halt, wir wollen. So. Ja, so eigentlich. Ah, nee, eigentlich so. Dann so geht das. Mal gucken, ob das geht, wenn wir... Sehen wir, schließen das hier an. Wahrscheinlich ist... Na, kriegen wir das nämlich hier. Na, kriegen wir nicht. Ach so. Ja. So, jetzt war das hier nämlich schön umgebaut. Ach so, hier müssen natürlich noch die Übergänge hin. Hier ist alles in Ordnung. Jetzt setzen wir jetzt hier und da noch ein paar Signale hin. Kann man nicht den Fisch hier hinbringen. Mhm. Kann man nicht den Fisch hier hinbringen. Wir werden einen Versorgungsturm dann auch auf der Strecke brauchen. Brauchen wir den mal da hin. Ein Wartungshäuschen hier. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Jetzt mach aber weiter mit den wirklich wichtigen Dingen. Ja. Natürlich. Sofort. Ich brauche aber noch Passagiere. Ah, nicht genug Geld. Welche haben wir denn? 1000 Frachtwaggons. Eine Million Einnahmen durch Fracht. Kommt mir bekannt vor. Na, das ist so ein bisschen so, hm. Ah. Genau wie das gerade mit den Passagieren, was wir vorher gemacht haben. Ah. Und das bis 1903. Oh Mann. Ah. Wie sollen wir 1000? Eine Million. Im Quartal. In nur einem Jahr. Nie im Leben. Aber warum nicht? Wir sollten keine Passagier-Locken bauen. Die haben jetzt Möbelindustrie schon. Wir müssen unsere Strecken hier hinten ausbauen. Dass wir mehr Holz transportieren können. Wollen die schon die, die kleine, was ist denn das immer diese Sushi-Rollen? Stoffe? Lama, Wolle? Ne, wollen die noch nicht. Auch umsonst angeschlossen. Aber dann bedeutet das, dass das auch das hier weg kann. Naja, ich baue mal ein bisschen. Oder ich würde gerade Pause machen. Ach, machen wir mal das ganze Ding hier weg. Oder? Ach, machen wir alles weg. Brauchen wir das da hinten, den Kaffee. Ja, na, den transportieren wir schon. Ähm, ja, Pause machen. Aufnahme, Pause. Und sagen, hoffe, euch gefällt's. Und wenn ihm so ist, Daumen hoch, ne? Kommentar, weiterempfehlen und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Bis zum nächsten Mal, Не问 ich's. Untertitelung des ZDF, 2020